hallo meine lieben freunde willkommen zu cubelife und ich bin schon vom boot ja wir haben eine planänderung das werdet ihr gleich sehen denn ich bin jetzt ganz 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 woanders und zwar habe ich nämlich festgestellt ich wollte ja weiterhin diamanten abbauen das geht allerdings absolut gar nicht so ich glaube einige haben es jetzt schon erkannt wenn es dann aufgeploppt da ist es genau wir sind auf der gefährlichsten insel jedenfalls bevor das update kam ich weiß ja nicht was jetzt noch kommt bin ja mal wirklich auf die skorpione gespannt ich würde mal interessieren joshua wenn du mir gerade zu guckst denn er scheint schon überall gewesen zu sein hast du die skorpion insel schon gefunden aber das schreibt mir mal bitte nicht wo die ist das würde ich gerne selber rausfinden denn er war schon irgendwie überall so was habe ich nicht immer stehen okay ja wir sind auf der spinneninsel denn ich brauche um diamanten abzubauen gold so gold gibt es hier es gibt sogar hier in der nähe gold falls jetzt hier die spinnen uns in die quere kommen denn ich weiß nicht wie das hier war da hier aber keine spinnen sind glaube ich bin ich hier relativ sicher wir gucken uns das mal an ach so moment ich werde mal speichern das habe ich jetzt lange lange nicht getan ich bin nämlich jetzt hier überall rum gefahren ich bin nämlich jetzt von der diamant insel bin ich zu meiner heimat insel gefahren also da wo ich mein großes haus habe habe mir dort jetzt silber und gold geschnappt hat das eingeschmolzen und 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 ich höre spinnen ich höre spinnen aber glaube sehr schön okay alles gut keine spinne zu sehen wunderbar so und hier haben wir einiges vergessen also richtig viel haben wir hier vergessen eigentlich kann ich meine ganzen fackeln mal wieder mitnehmen stimmt hier habe ich alles stehen lassen was blöd ist ich habe ja ein tutorial gemacht und in den tutorial habe ich halt auch schon einiges gemacht und jetzt weiß ich nicht mehr was ich wo gemacht habe also beim display und beim tutorial also gold wir haben ja hier relativ viel an gold gesehen gehabt hier zum beispiel oder da war glaube ich irgendwo gold und haben das eingesammelt mein gold ist jetzt alle wir gucken mal in mein inventar da seht ihr dass ich mir jetzt spitze machen kann ich mache mir auch gleich mal eine aber eine steinspitzhacke ja und dann werden wir weil ich nämlich überlegt habe ich wollte euch doch dieses ist eine dings zeigen dieses versunken ja das versunken teil auf 8 d8 und da war ich jetzt auch mal kurz habe schon mal geguckt damit ich dann euch das genau zeigen kann was es denn dazu gibt so das schöne hier und es scheint wirklich nur hier bei dem gold zu sein baut mal da wo gold ist weiter ab und zwar die steine drumherum seht ihr was ja hier gibt es nämlich einiges mehr und das wollen wir uns natürlich schnappen ja the catch them all so sie haben wir schon mal was wir gehen aber weiter denn das krasseste ist hier hier war ja auch gold und hier dahinter ich weiß nicht genau wo muss man mal ein bisschen suchen gibt es auch noch mal gold aber frag nicht nach sonnenschein hier gibt es richtig richtig hammer viel wenn ich den jetzt den eingang für was war schon leute zum glück haben wir ja noch genug zeugs das passt schon dann mache ich mir gleich mehrere so ja das geht immer noch nicht so nochmal und wir machen uns noch eine ja und mit dem gold können wir dann die diamanten abbauen das passt schon alles und dann geht es weiter ja und domi der hat mir gesagt dass hier an der nachbarinsel auch gold zu finden ist da werden wir dann auch mal vorbei schnicken denn da wir einmal jetzt hier oben sind da passt das ganz gut ach so ich bin übrigens auf damit ihr das in eurer karte mal überprüfen könnt auf der d4 ja der d4 war denn das hier mit dem gold das war hier in der ecke aber irgendwie freunde müssen wir uns mal hier ein bisschen weiter reinbauen ihr hört die ganze zeit die spinnen aber die können uns nicht das ist praktisch ja da bauen wir halt jetzt die ganze zeit stein ab ich würde sagen dann mache ich vielleicht hier einen schnitt äh joshua hat mir übrigens auch geschrieben das können wir mal auf dem rückweg vielleicht schon mal an ne eigentlich nicht das ich hatte gerade überlegt ob ich auf dem rückweg da mal lang gehe da gibt es nämlich auch gold ach ja alles klar gut wir müssen nicht leiden ne nicht mit der steinaxt steinaxt ich habe es schon wieder gesagt spitzhacke das ist eine verdammte spitzhacke ja weil sie pickaxe heißt rein theoretisch heißt es ja so gesehen axt bei uns heißt es halt etwas anders ich bin immer noch ein bisschen erkältet so seht ihr was es hier so alles gibt und ja das wird noch richtig weiter rein gehen man könnte sich ja auch eine höhle reinbauen wenn man wenn wir nicht so penetrante nachbarn hätten so jetzt muss gucken oh das habe ich ja völlig übersehen da ist noch was das habe ich aber ganz übersehen hier gibt es übrigens auch noch weiter kann ich mich noch dran ja kann ich mich noch dran erinnern gut ganz so alt bin ich dann doch nicht sehr schön sehr sehr süß ich bin vielleicht doch alt also mit den reden klappt nicht mehr so ganz aber ich glaube das war es ich glaube die drei stellen waren das wo man noch was gefunden hatte ich weiß nicht ob es hier noch was gibt auf jeden fall waren es ich habe irgendwie die zahl 138 gerade im kopf also gab es wirklich wahnsinnig viel gold und ich habe ja nur in dem let's play ich weiß nicht wie viel eingesammelt ich nehme an 30 oder so wenn überhaupt also das was man oberflächlich gesehen hat mehr gibt es hier nicht oder sieht nicht so aus hier mal rüber da vielleicht noch nix ok gut ich weiß nicht ob hier noch irgendwo was versteckt ist was man gar nicht sieht ich kann es mir jetzt nicht unbedingt vorstelle ich muss was trinken muss mal aber ich kann es mir jetzt nicht unbedingt vorstellen aber wenn ihr da was wisst dann sagt mir das hört auch irgendwann auf das zu sagen ich weiß es nicht hier solche sachen das ist irgendwie so eine große mauer das kommt mir komisch vor wir gucken da jetzt noch mal kurz rein diese große mauer ja es gibt keine spinnen ich kill mich selber auch eine möglichkeit sowas ähm ich wollte noch sagen naja joshua der hatte da habe ich überlegt zu dieser insel zu gehen aber da kommen wir sowieso bald hin und hätte hier jetzt hätten jetzt die spinnen noch rumgekrebelt dann wäre ich natürlich nicht hierher und hätte dann erstmal geguckt was domi mir erzählt hat übrigens danke euch beiden für die tipps und ja je nachdem wie viel gold da gewesen wäre hätten wir dann ok muss nur ein bisschen auf die zeit achten gut dann hätten wir dann die diese insel dann erkundet die ich von joshua als tipp bekommen habe jetzt habe ich es so ich werde das ganze jetzt mal abbauen da müsste man nicht unbedingt zugucken äh aus langer weile wir gucken mal wie viel gold also wir haben gar kein gold also schon eingeschmolzen ist das muss man auch noch einschmelzen deswegen habe ich auch 80 mal kohle mitgenommen denn unterwegs werden wir jetzt nicht mehr unbedingt auf eine kuh doch eine könnte man noch aber das mache ich auch dann offscreen also ich werde jetzt das gold abbauen und dann werden wir mal zusammen auf den tipp von domi gehen also das war ich glaube das war die c c3 c4 ich weiß es nicht ich gucke dann gleich nochmal in die kommentare und dann sehen wir uns da wieder bis gleich so freunde ganz kurzer zwischenstand ihr seht ich habe 36 mal gold und wie ihr hier seht ich habe jetzt gerade schon eine fackeln gesetzt ist das noch nicht alles also hier geht es weiter und da oben geht es noch weiter also es ist noch einiges hier zu holen das wollte ich euch nur mal kurz zeigen und dann zeige ich euch noch mal kurz hier hier weiß ich nicht wie viel es gibt wir müssen uns das jetzt noch merken und mitzählen 1 2 3 4 5 6 7 8 also 9 10 11 also reicht schon ich muss mal aufpassen wenn ich hier die let's place mache dass ihr mich auch versteht ich komme ja aus dem osten sagt normalerweise 11 aber ich glaube das hört sich echt blöd an so hier haben wir 1 2 3 4 ich glaube ging es ziemlich weit runter 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 also ihr seht schon mir ist gerade eine sache eingefallen 15 ist eigentlich richtig da muss ich jetzt mal auf die messi schimpfen weil sie mal den kommentaren jetzt abgeht weil man sagt ja auch nicht 12 sondern 12 also ist 11 richtig so das ist jetzt meine begründung dafür lacht drüber oder regt euch sinnlos drüber auf jetzt ernsthaft wenn ich da jetzt einmal drüber aufregt also dann dann weiß ich nicht was aus der menschheit werden soll gut ich fahre weiter ab und wir sehen uns dann wieder gleich wieder bis dann und hier sind wir wieder auf c4 jetzt zeige ich euch erst mal das gold also unten seht ihr 19 und oben seht ihr 100 wir hatten ja schon ich glaube 71 bei der einen ecke dann hat mal 11 bei der anderen ich glaube 37 waren unten noch in dem anderen depot sage ich mal oder bei der arter genau aber das ist das was ich besucht habe so dann haben wir noch ein paar haiflossen und so weiter also ich habe noch ein paar getötet habe auch noch ein bisschen eisenerz mitgenommen und jetzt kann es losgehen das problem was ich jetzt habe wir sind auf wie gesagt c4 habe ich das gesagt weiß ich gar nicht und ich muss dann auf jeden fall weil ich so viel noch eingesammelt habe hier soll es ja auch gold geben sagt jedenfalls domi und da kommt schon land jetzt immer auf einer insel wo ich eigentlich noch gar nicht hin wollte ja auf jeden fall muss ich wieder zu meiner heimatinsel denn ich habe den rucksack schon wieder voll und das nervt warum kann man nicht noch einen größeren rucksack machen so stopp 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 und dann schauen wir mal was wir denn hier so finden werden also hier ist schon mal eine hülle naja gut nicht direkt eine hülle ok wir springen mal hier runter mal gucken denn hier sind muscheln und meistens ne eigentlich nicht meistens ich vermute dass dann immer da oben ist schon irgendwas das ist eisen wie es aussieht so nix auch nix ich vermute ja immer dass die muscheln die hier so einzeln rumliegen dass es da was gibt also da oben ist das eisen nein das ist nicht eisen was ist das das ist rot das heißt das ist robin oder das robin ah verdammt ich kann das jetzt nicht mitnehmen ich habe keinen platz mehr shit 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 was kann ich wegschmeißen was brauche ich nicht was ist unwichtig ich guck erst mal wir können ja im prinzip speichern und dann ja dann wieder zurücksetzen 1 2 3 4 das heißt da müssen wir hin zack einmal drauf hallo ja jetzt springen ja jetzt ist er nicht gesprungen ok wir gucken uns das jetzt an ich muss sowieso jetzt speichern tatsache ich raste aus wir speichern erst mal weil ich nicht weiß mit was ich das abbauen kann so save my game oh yes so ich finde es schade dass ich dachte wenigstens jetzt nach dem update dass man mehrere speicherplätze sich erstellen kann geht aber nicht man hat nur einen speicherplatz und das ist echt ein bisschen sackern so dann machen wir uns jetzt eine goldene also ich vermute dass man das mit gold abbauen kann ich hoffe es ich vermute es und wir werden es gleich sehen jawohl und es ist es ist robin sehr geil aber es ist nur ein robin das ist nicht so geil ist hier noch irgendwas draußen geht schon die post ab meine katze dreht auch gerade schon wieder durch warum machen die das alle immer nachts das war es hier gibt es nichts weiter finde ich schade aber das heißt auf dieser insel gibt es definitiv robin da müssen wir noch mal gucken hui nicht so viel okay okay weiter halt da muss man da oben gibt es das ist Eisen ja genau das ist Eisen das ist Kohle da hinten ist noch mehr Eisen das ist übrigens Sand das ist Eisen Eisen ich denke jetzt natürlich bei jedem Eisen das ist auch Rubin sein könnte und hier in der Ecke was mich hier so angrenzt da ist Kohle na wo sie sind war das das ich glaube ja das war das oder ja das ist wir gucken lieber nochmal das sind wir gerade echt zu heiß na na achso auswählen ja das ist Kohle schade schade so Eisen könnten wir auch abbauen aber wir kommen sowieso nochmal auf die Insel ich will jetzt nochmal hier ein bisschen rum gucken denn Domi hat mich da schon ein bisschen ähm ein bisschen fickrig gemacht dass ich äh was es hier so alles gibt obwohl er hat ja nur gesagt es gibt Gold und ähm wir haben gleich mal Rubin gefunden das ist natürlich klasse so jetzt gehen wir wieder raus ähm sind wir hier reingesprungen ne wir sind hier oben reingesprungen so dann laufen wir wieder Außenweiber und gucken was wir denn so finden hier haben wir schon wieder Kohle aber ich habe noch keine Haie gesehen da ist eine kleine Insel das schöne ist durch den Eimer brauchen wir jetzt kein doch hier äh 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 doch hier ist ein Haie da war die Stimme weg oh ihr blöden miesen Dreckfiechter ich habe kein verdammt ich habe kein Schwert mehr äh ja geil rennt durch mich durch mit Spul geh doch mal weg ich will doch gar nichts von dir ich will doch gar nichts von dir geh zu deiner Mama boah Alter wieso ist die so haben die die Geschwindigkeit angepasst ich habe ein Problem ich habe ein Problem ich habe ein Problem sterb 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 so gut Problem beseitigt aber da ist ja noch eine rumgerannt habe ich gesehen ach das nervt das nervt jetzt brauche ich ein blödes Schwert und ich habe keinen Platz und ach alles doof Shit ich habe ja nicht mal wo ist mein Crafting Table Shit was schmeiße ich noch weg ich kann hier nichts wegschmeißen doch hier Stein komm rein weg damit ich möchte gerade alles das regt mich so auf das regt mich so auf so ah 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 Crafting Crafting Table nicht Sun so kurz leise Wunschle blöd Erkältung und jetzt brauche ich ein Schwert da reicht mir dieses ich würde sagen ich weiß nicht wie viele von diesen blöden Fiechtern hier rumrennen deswegen mache ich mal lieber zwei so und lasse den Crafting Table lieber stehen ok ich muss noch meine Nase putzen ich darf nur kein Geräusch machen sonst fliegen euch die Ohren weg so man 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 also das ist eine etwas gefährliche Insel ich weiß nicht ob ich jetzt weiter mache oder ob ich hallo du bist ein na der wollte mich rollen oder alter alter warum habe ich mir gerade die Mühe gemacht shit jetzt weiß ich nicht wo ich das letzte Mal war ich würde sagen ich habe kurz die Insel gezeigt wir erkunden das nochmal etwas achso doch ich weiß wo wir waren bei den ich würde aber sagen wir gehen jetzt mal zu diesen diesen versunkenen Schiff und dann wieder auf die Diamanteninsel wir haben ja alles so gemacht wie wir es wollten warum sagt es eigentlich immer wir so und ja ich brauche jetzt noch schnell das Rubin ab das eine wenigstens weil wir einmal oben sind und dann sehen wir uns beim Schiff ja dann sehen wir uns beim Schiff gut alles klar dann bis gleich ein ein letztes Mal willkommen zurück in diesem Part auf jeden Fall denn ich wollte euch ja noch zeigen wir sind jetzt auf der D8 und hier gibt es etwas was ich euch zeigen wollte ein versuchenes Schiff ich war eben schon mal hier bin aber gestorben und dachte mir ach komm machen wir das ganze nochmal denn hier sind Haie und ja ich werde wahrscheinlich auch gleich nochmal sterben aber ich will euch zeigen wie ihr das erkunden könnt beziehungsweise ihr müsst es nicht erkunden das werdet ihr gleich sehen so stopp 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 Junge 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 Hallo Mensch 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 also die Steuerung des Bootes ja gut das müsste reichen ist etwas seltsam und ich komme nicht ran na doch so ein bisschen so wir bauen uns erstmal einen Sicherheitspfad dass wir auch wieder auf das Schiff kommen obwohl das eigentlich gerade Quatsch ist also ihr könnt ihr euch einen Pfad bauen und dann könnt ihr dann wieder zum Schiff kommen aber ich brauche eigentlich nur neu starten denn ich will das euch überhaupt zeigen von daher ist das jetzt egal also ihr seht schon also ich hoffe ihr seht dass das ein Schiff ist als erstes werden wir jetzt hier ist der einzige Eingang und hier stehen Kisten aber so ein Arsch ne ihr seht schon ich war ja schon hier ich habe das schon mal geguckt als ich zur Spinninsel nochmal gefahren bin es ist nirgends was drin also ihr könnt euch diesen Weg ganz gut und gerne sparen so hier oben drauf ist auch nichts da kommt doch meine Freunde so wir gehen jetzt mal ich zeige euch noch die Seite des Schiffes auch wenn wir nicht viel sehen aber ihr seht das ist hier ich werde sowieso gleich ertrinken ihr seht ihr könnt ja einmal drum herum laufen aber es bringt euch mal gar nichts also vor der Hain seid ihr relativ sicher denn ihr bohrt einfach nur immer nach links aber ihr braucht irgendwann Luft also wird das auch nichts ja also hier gibt es nichts ich war beim letzten Mal schon hier und hier gibt es definitiv nichts außer natürlich Eier und die fressen mich jetzt das wollte ich euch nur zeigen oben drauf war ich auf einem der der Masten und da war auch nichts ich glaube auch auf den anderen Masten wird nichts sein was ich sehr schade finde weil es wäre cool gewesen wenn hier irgendwas versteckt gewesen wäre wenn irgendjemand von euch da schon mal war und was gefunden hat dann schreibt mir das bitte bitte in die Kommentare so und das war es jetzt von diesem Part wir haben ziemlich viel gesehen und ich mache mich jetzt gleich an den nächsten Part ich bin gerade voll drinnen und hoffe ihr seid dann auch beim nächsten Part wieder mit dabei über jeden Daumen nach oben würde ich mich freuen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal